Wir haben uns alle drüber aufgeregt, Red Tide und sowas. Dann hatten wir Hannas Video gesehen und haben gemerkt, es ist gar nicht mal so. Also es ist schon schlimm und so, aber wenn man sich davor informiert hat, was man halt eigentlich macht, wenn man so Seven of Us Bald das Projekt angeht, hätte man wissen müssen, ich freue mich übrigens auf die Folge, die gucken wir danach, also sobald 24 Stunden abgelaufen sind. Wir haben leider noch eine halbe Stunde, dann können wir drauf reagieren. Ich freue mich schon übelst drauf. Auf jeden Fall, anscheinend ist Red Tide gar nicht so krass. Also es ist schon schlimm, aber man sollte es halt einfach so vermeiden. Also wenn man weiß, okay, das Gebiet könnte Red Tide sein, würde ich halt auch, wenn Red Tide eventuell auch gar nicht da ist. Und das kann ja plötzlich auch anscheinend kommen. Aber ich denke, der Biologe klärt uns komplett darüber auf. Und wir gucken einfach mal, was er so sagt. Denn er wird die meiste Ahnung haben. Das heißt, let's go. Jetzt lernen wir ein bisschen was. Sorry, ich habe wie jedes Mal den Fehler gemacht, dass es bei mir viel zu laut ist. Bei euch ist es ganz normal. Bei mir ist es wieder viel zu laut. Okay. Ich kann jetzt klären, was da wirklich vor sich geht und ich werde dir alles über die Red Tide verraten, was du wissen musst. Und ob sowas auch hier in Europa passieren kann. Okay, das interessiert mich, ob das wirklich auch in Europa passieren kann. Meinst du, das kann auch in Europa passieren? Wisst ihr das? Also die Red Tide, das ist ja irgendwie so eine hochtoxische Algenblüte. Das wissen wir. Die Red Tide. Wenn sich bestimmte Mikroorganismen im Wasser so stark vermehren, dass sie das Wasser verfärben, spricht man von einer Algenblüte. Diese Algenblüten können grün sein, sie können aber auch braun oder türkis sein oder eben auch rot. Die rote Verfärbung des Wassers wird hauptsächlich von einem Einzeller mit dem Namen Carrenia brevis verursacht und wird umgangssprachlich auch als Red Tide bezeichnet. Viele dieser Mikroorganismen können auch Toxine produzieren. Diese Toxine können sich in der Nahrungskette anreichern, wodurch verschiedene Lebewesen, die sonst essbar sind, giftig werden können. Zum Beispiel bei den Muscheln. Und wenn dann ein Mensch herkommt und so eine Muschel ist, kann er sich eine Vergiftung holen. Nice. Nicht alle Algenblüten müssen immer gefährlich sein. Es gibt auch harmlose Algenblüten. Boah, aber sowas, guck mal, dieses grüne Zeugs, sowas gibt es auch manchmal auf Seen. Ist das denn auch so eine Algenblüte oder was? Oder krass, weil es gibt manchmal auch so grüne Seen. Kennt ihr das? Ich habe immer gedacht, das ist einfach Natur und so. Ich wusste nicht, dass es giftig ist. Dürfte man da auch schon so drin? Das ist, also Muscheln essen und sowas haben wir ja gelernt. Sollten wir auf keinen Fall. Ja, auf Seen gibt es die auch. Ah, krass, okay. Verstehe. Crazy. Alle Algenblüten müssen immer gefährlich sein. Es gibt auch harmlose Algenblüten. In diesem Video konzentrieren wir uns aber auf die gefährlichen, auf die sogenannten toxischen Algenblüten. Unter welchen Umständen kommt eine toxische Algenblüte zustande? Häufig ist es ein ganz bestimmtes Zusammenspiel aus Nährstoffangebot und Temperatur im Wasser. Generell kann man sagen, dass ein hoher Nährstoffgehalt in Kombination mit hohen Temperaturen die Entstehung einer Algenblüte begünstigt. Wenn beispielsweise Abwasser in das Meer geleitet wird, haben wir ein solches erhöhtes Nährstoffangebot. Und dann ist die Gefahr einer toxischen Algenblüte auch erhöht. Also lieber kein schmutziges Abwasser ins Meer leiten. Habt ihr gehört? Sascha hat ins Meer gepinkelt. Er ist dran schuld. Nein, Quatsch. Aber ihr wisst, Behörden können es auch verbieten, wenn es bedenklich. Was kann die Behörde verbieten? Denn Natur kann sie ja nichts verbieten, die Behörde. Hast du das verstanden? Oh mein Gott, Joey Vogel mit der ganzen Zuschauerschaft, als er uns erklärt hat, dass Fritz sein Wasser und Martins Wasser trinkbar gewesen ist. Stellt euch vor. Das hier, Joey Vogel. Das hier, wir. Hast du das verstanden? Ich hab's immer noch nicht verstanden. Wir müssen uns das zweite Video angucken. Weil mir wurde gesagt, das ist irgendwie ein wenig verständlicher. Also ich hab's echt versucht zu verstehen, ne? Aber ich hab nicht so viel mitgenommen. Ich hab nur verstanden, das Wasser wäre irgendwie doch eventuell trinkbar gewesen. Aber das war schon sehr... Aber es war sehr informativ. Für Leute, die wahrscheinlich in dem Thema drin sind, war's geiles Video. So, aber für Leute, die es halt nicht verstehen wie ich, war das ein bisschen schwierig. Na, egal. Weiter geht's. Wir lernen das noch. Die hatten das ja aus dem Flugzeug gesehen, Leute. Erstens, sie hatten es aus dem Flugzeug gesehen. Da konnte man es ja auf jeden Fall ein bisschen erkennen. Aber das ist auch echt interessant. Das Ding ist, auch, also, no hate und sowas, ne? Also ich find Knossi und Sascha ein geiles Team. Aber wenn die das noch wissen, also beziehungsweise wenn die, also Red Tide... Also man hat sich ja vorbereitet. Okay, das Orga-Team hätte das auch irgendwie kommunizieren müssen, dass es eventuell sowas passieren könnte. Genauso wie in Staffel 2 mit dem Apfelbaum da. Nee, nicht Apfelbaum, diesen toxischen Baum da. Ne? Diesen... Ihr wisst, welchen Baum ich meine. Und da hätte man halt direkt auf Mischeln verzüchten können. Ja. Aber... Naja, also... Bis die Behörden halt das erst merken. Wisst ihr, weil das Seven-West-Walt-Team, beziehungsweise die Kandidaten, sind ja direkt am Wasser, wisst ihr? Und bis die Behörden das erst dann checken, das ist wahrscheinlich ein, zwei Tage vergangen. Und dann sind Sascha und Knossi gefühlt schon bei der Lebensmittelvergiftung. Das habe ich mir auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie lange die drin bleiben. Aber anscheinend haben die ja so wenig davon gegessen, dass sie keine Lebensmittelvergiftung hatten. Das ist schon sehr geil. Eine Algenblüte kannst du entweder visuell erkennen, indem du siehst, dass das Wasser sich verfärbt, oder aber mit geeigneten Nachweismethoden im Chemielabor. Generell werden geophysikalische, biologische und toxikologische Daten miteinander kombiniert, um präzisere Aussagen formulieren zu können, damit man die Bevölkerung früh genug alarmieren kann. Dass sich eine Muschel bei einer Red Tide immer rot färben muss, ist übrigens nicht der Fall. Eine rote Verfärbung von einer Muschel kann auf eine Red Tide hindeuten, muss es aber nicht. Auch eine Muschel, die keine roten Verfärbungen aufweist, kann toxisch sein. Umgekehrt gibt es auch Muscheln, die von Natur aus rot gefärbt sind, aber unbedenklich sind. Das, was der Sascha und der Knossi hier gegessen haben, ist wahrscheinlich eine Vertreterin aus der Familie der Miesmuschel. Miesmuschel, uh, danke schön für deinen Resort im fünften Monat. Danke schön, nee, vierter Monat. Hä, da steht dritter, vierter, fünfter. Du schreibst vierter Monat, da steht dritter Monat und dann, nee, im dritten fortlaufenden Monat, fünfter Monat. Hä, wie viel denn jetzt? Dritter, vierter, fünfter Monat. Dankeschön auf jeden Fall. Miesmuschel. Okay, verstehe. Die haben eine Miesmuschel. Boah, ganz ehrlich, Leute, ich glaube, ich werde mein ganzes Leben, also ich habe eh nur einmal eine Muschel probiert und das war disgusting. Aber, ja, ich glaube, ich werde mein ganzes Leben nie wieder eine Muschel essen, weil man weiß ja nicht, wisst ihr, die können ja auch in Red Tide gefangen worden sein. Oder heißt das gefangen worden sein? Muscheln können auch, ja, gefangen worden sein, ne? Und irgendwie in die Tiefkultur gelegt worden sein. Und dann irgendwie erst im Dezember oder so, wenn keine Red Tide, ich glaube, das ist irgendwie nur bis, weil er hat ja auch gesagt, nur in den heißen Monaten, wisst ihr? Man weiß ja nicht, vielleicht haben die so, oh Gott, ne, also Muscheln und ich, ne, 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 ne. Wer Sascha und der Knossi hier gegessen haben, ist wahrscheinlich eine Vertreterin aus der Familie der Miesmuscheln. Und Miesmuscheln können auch von Natur aus orange Verfärbungen haben. Auch ohne Red Tide. Am Geschmack oder am Geruch der Muschel kannst du nicht feststellen, ob sie belastet ist oder nicht. Genauso wenig kannst du übrigens enthaltene Toxine durch Hitzebehandlung oder durch Kochen irgendwie, ähm, abtöten oder abtöten ist der falsche Begriff, äh, in, 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 inaktiv machen, wollte ich sagen, ja. Es ist verdammt schon spät und ich hab meine Konzentration lässt nach. Verflucht nochmal. Miss Brandt? Ja? Schneller Taschentuch. Diese Toxine sind hitze-stabil, ja, deswegen hilft Kochen gar nichts. Übrigens gilt das nicht nur für Muscheln, sondern auch für andere Meerestiere. Auch in Fischen oder Krebstieren können sie solche Toxine anreichern. Hä, aber wir haben doch gelernt, dass Krebs nicht drin ist. Oh mein Gott, gehen die Mädels doch raus? Die haben doch so einen fetten Krebs gegessen. Ich hab auch den Krebsen, ist das nicht. Deswegen hab ich auch in einem meiner letzten Shorts, wo ich darüber... Warte, stopp, 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 stopp. Das muss ich nochmal verstehen. Ich hab gedacht, das ist nicht drin, wartet mal. Nicht nur für Muscheln, sondern auch für andere Meerestiere. Hä, kann es sein, dass ich irgendwie schneller eingestellt hab? Nee, okay, gut, das ist ganz normal, okay. Komisch, wartet mal. Es gilt nicht nur für Muscheln, sondern für andere Meerestiere, wie Fische und Krebse. Die Mädels haben Krebs gegessen, Leute. What? What, what, what? Deswegen hilft Kochen gar nichts. Übrigens gilt das nicht nur für Muscheln, sondern auch für andere Meerestiere. Auch in Fischen oder Krebstieren können sie solche Toxine anreichern. Deswegen hab ich auch in einem meiner letzten Shorts, wo ich darüber gesprochen habe, wie man bei Seven vs. Wild hier zu Nahrung gelangen kann, vor der Red Tide gewarnt. Welche Toxine gehen aus einer toxischen Algenblüte hervor? Dies kommt auf die unterschiedlichen Arten von Mikroorganismen an, mit denen wir es hier zu tun haben. Es gibt eine ganze Reihe von Toxinen, die aus einer toxischen Algenblüte hervorgehen können. In den tropischen und subtropischen Breitengranen hast du zum Beispiel Siguratoxine und Saxitoxine und im Süßwasser kannst du auf Anatoxine stoßen. Ich hab diesen Kopfkino gerade im Kopf gesehen. Gott, wisst ihr an, was ich gerade gedacht habe? Gott, deshalb ist Chemie und Biologie, Physik, alles abgewählt. Guck mal, wartet mal. In den tropischen und subtropischen Breitengranen hast du zum Beispiel Siguratoxine. Hat mich erstmal an Zigarette erinnert, ne? Und Saxitoxine hat mich an so ein Saxophon erinnert. Also eine Zigarette, die Saxophon spielt. Und im Süßwasser kannst du auf Anatoxine stoßen. Und das wollen wir nicht definieren, an was das mich erinnert hat. Auf jeden Fall, Gott. Hört sich auf jeden Fall krass an. Und bei der Red Tide sind es häufig Brevetoxine, die eben von diesem Mikroorganismus mit dem Namen Carrenia brevis produziert werden. Brevetoxin ist ein Nervengift und greift das Nervensystem... Oh, wartet, das letzte ist Nervengift. Okay, dieses Bre... Ne, wartet. Brevetoxin, okay. ...Berevetoxine, die eben von diesem Mikroorganismus mit dem Namen Carrenia brevis produziert werden. Brevetoxin ist ein Nervengift und greift das Nervensystem an. Bei einer starken Red Tide können Brevetoxine auch in die Luft übergehen und einen giftigen Nebel bilden, der dann die Atemwege reizt. Deshalb... What? Ach du meine Güte. Stellt euch vor, Fritz und Maddin. Ach du meine Güte. Du musst studiert haben, um dieses Fachgebiet zu verstehen. Nö, ich finde, der erklärt das ehrlich gesagt ganz gut, der Biologe. Also bei Joey Vogel muss ich echt schlucken, da war ich echt so, boah, Alter, ich verstehe gar nichts, ne? Aber ich finde, der Biologe erklärt das eigentlich ganz gut. Okay, klar, ich kann mir diese Saxophon-Zigaretten rauchen, eine Saxophon-Zigarette, die auf dem Klo ist, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gut... Diese Toxine da, dieses Dings da, kann ich mir nicht so gut merken. Aber so... Krass. Stellt euch vor, dieser Sprühregen, vielleicht war das ja auch irgendwie schon ein bisschen toxisch oder sowas. Und stellt euch vor, die wären drin geblieben. Crazy. Krass, das kann auch in der Luft sein, Leute, das ist super gefährlich. Ja, aber so heißt das Gift einfach hier... Boah, krass. Krass, auf was man am Meer alles so achten muss. Das ist, das ist, das ist richtig krass. Deshalb sollte man sich während einer starken Red Tide nicht unbedingt in der Nähe der Küste aufhalten. Wie gefährlich... Mein Gott, stell dir vor, ihr habt einfach ein Grundstück an der Küste. Einfach Red Tide haben die. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Wie gefährlich sind toxische Eigenblüten? Sind toxische Eigenblüten? An dieser Stelle möchte ich erstmal eine ganz bestimmte Sache loswerden. Und zwar, ich finde es schon ein bisschen fahrlässig vom Orga-Team, dass man da einfach Leute rausschickt, ohne jetzt genauer auf diese Thematik einzugehen. Auf der anderen Seite muss man aber ganz klar sagen, jeder Teilnehmer bei Seven vs. Wild hat die Eigenverantwortung, dass auch er sich ausreichend über toxische Eigenblüten informiert, bevor er raus in die Wildnis geht. Ja, deshalb bei einer Trennung beispielsweise sind auch immer zwei Leute schuld, ne? Also es ist nicht nur immer einer schuld. Muscheln isst, anstatt anderen das Denken zu überlassen, dann draußen Muscheln zu essen und danach auszurasten. Denn wie wir wissen, heißt es ja, wer sich auf andere verlässt, der ist verlassen. Wie gefährlich... Ey Leute, ist wirklich so. Immer nur auf sich selbst verlassen, ey. Da vermiete ich mein Haus an der Küste für die ganzen Günstigen an Leute, die ich nicht mag. Alter, dann machst du mit denen... Wo ist mein Zauberstab? Ah, hier. Dann machst du mit denen einfach... Oh mein Gott. Ist das so? Ist doch so, Benni, oder? Ben, Entschuldigung. Sorry. Ah, nicht nett. Das war nur ein Scherz, Mann. Eine Eigenblüte tatsächlich ist, hängt von ihrer Intensität und auch von den jeweiligen Mikroorganismen ab. Und es hängt davon ab, wie viel belastetes bzw. toxisches Material der betroffene Mensch gegessen hat. Saxitoxine, Anatoxine und Zigotoxine sind hoch wirksam und können auch schwere Vergiftungen verursachen, die aber selten tödlich enden. Auch die Brevetoxine sind ziemlich wirksam, aber dass du jetzt tot umfällst, nachdem du eine einzige Muschel gegessen hast, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Bei einer ausreichend aufgenommenen Menge an toxischem Material macht sich die Vergiftung bemerkbar, indem man zuerst so ein Kribbeln hier rund um den Mund herum spürt und auf der Zunge, dann erhöht sich der Herzschlag und man kann auch Atem beschweren und Schweißausbrüche bekommen. Außerdem leidet der gastrointestinale Trakt, sprich der Verdauungstrakt. Haben die Naturensöhne irgendwas gegessen? Weil er hatte ja auch irgendwie so ein bisschen was, aber ich glaube die haben gar nichts gegessen, oder? Nee, ich glaube das war einfach die Vorerkrankung. Bedeutet du bekommst die... Oder? Scheißerei und die Kotzerei, wenn wir es mal vulgär ausdrücken. Ich nehme an, ich hab mich da gerade verhört! Die Vergiftung ist normalerweise nicht tödlich und hinterlässt auch keine bleibenden Schäden. Und nun zu einer weiteren sehr wichtigen Frage. Und zwar, kann eine toxische Algenblüte auch hier in Europa auftreten? Und die Antwort ist ja. Ach du heilige, meine Güte. Kann nicht nur am Meer auftreten, sondern auch im Süßwasser. Dort können sich eben Bakterien vermehren, die die hochwirksamen Anatoxine produzieren und auch freigeben. Und da brauchst du auch gar nichts mehr aus dem Wasser zu essen, sondern es kann oftmals sogar schon reichen, wenn du einfach nur daneben stehst und atmest. Wenn du mehr dazu lernen willst, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tödlich gesicht im Badesee, worauf du achten musst, auch in Deutschland. Hochgiftige Lebewesen plötzlich im Wasser. Was? No way. No way. Als ob. Ach du heilige. What?